Wir laufen. Okay, dann Ruhe bitte, wir fangen an. Und bitte. Stehe ich besser? Nee, wieder zurück. Wieder zurück? Ja. So? Ja. Mir geht es vor allen Dingen darum, nochmal mal wieder. Erst kürzlich haben wir, naja. Guck mal nochmal. Das geht über die Online-Shop-Beratung bis hin zur Kommunikation, Präzision und Kreativität. Und der Auseinander. Ja, Gott. Das ist furchtbar. Ärzte haben es heutzutage wirklich schwer, den Dschungel an Permanenten. Kann ich mir vielleicht ein Glas Wasser holen kurz? Ja, klar. Meine Spezialisierung ist die Beratung der IT. Normal. Als Kind der 80er habe ich die Anfänge der Internet. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der ARR. Aber auch in der Vertretung vor Gericht strategisch zu handeln. Und der Pocket-Anwalt. Die ist mittlerweile über 100.000 Mal aus dem Internet runtergeladen worden. Da gibt es einen Gerichtskostenrichter. Seitdem berate ich hier mittelständische Unternehmen im Bereich des Wirtschaftsrechts. Und ich kriege die Vorhörungen. Mein Tätigkeitsbereich bei WBS umfasst vor allen Dingen das Medien- und Urheberrecht. Hier berate ich mein Tätigkeitsbereich bei WBS. Erst kürzlich haben wir gemeinsam mit dem Mandanten ein Verfahren. Ich habe das Baurecht für mich entdeckt, weil es wie das Bauen selbst geprägt ist von Kommunikation, von Präzision. Besonders spannend finde ich es, wenn die Medizin... Ich habe was vergessen. Ich habe einen Satz komplett vergessen. Ich versuche immer für unsere Mandanten, die passende Lösung zu finden. Mein Team und ich sehen es daher als besondere Herausforderung. Besonders wichtig ist meine langfristige Zusammenarbeit mit dem Mandanten, damit man die Schutz... ...im Internet und um die Nutzung oder um die Veröffentlichung dieser Inhalte im Internet... Kann man das nicht zwischendurch anders schneiden? Genau das ist es, was aus meiner Sicht gerade unsere Kanzlei ausmacht und ich glaube, das merken auch unsere Mandanten. Super, vielen Dank. Perfekt. Ich fand es super. Bist du zufrieden? Dann sind wir fertig.